Durch die Dehnung der Haut in der Schwangerschaft kann es zu unschönen Streifen kommen, die durch Durchscheinende Blutgefäße hervorgerufen werden. Wir stellen dir heute verschiedene Behandlungen gegen Schwangerschaftsstreifen vor, die mit etwas Geduld dein Hautbild verbessern können. Insbesondere am Ende einer Schwangerschaft muss das Bindegewebe sehr viel leisten. In der Folge treten Dehnungsstreifen bei rund 70 bis 90 Prozent aller werdenden Mütter auf. Die Risse in der Unterhaut schimmern an verschiedenen Stellen, wie Bauch, Po, Hüfte oder auf der Brust, bläulich oder rötlich durch. Auch an anderen Körperstellen können Dehnungsstreifen entstehen. Nicht nur in der Schwangerschaft kann es zu einer starken Dehnung der Haut kommen. Auch große Gewichtsschwankungen, ein unausgeglichener Hormonhaushalt oder die Austrocknung des Körpers können Hautveränderungen verursachen. Doch es handelt sich um ein rein ästhetisches Problem, das sich nicht auf die Gesundheit auswirkt. Verschiedene natürliche Behandlungen gegen Schwangerschaftsstreifen sind sehr nützlich, um das Hautbild zu verbessern und die Haut zu pflegen. Du musst diese Behandlungen gegen Schwangerschaftsstreifen jedoch regelmäßig anwenden, um damit erfolgreich zu sein. Dieses Hausmittel zeichnet sich durch eine hohe Konzentration an Vitamin E, Fettsäuren und Aminosäuren aus, welche die Haut tiefgehend nähren und die Zellreparatur fördern. So kannst du das Hautbild verbessern. Im Gegensatz zu handelsüblichen Produkten enthält dieses Mittel nur natürliche Zusatzstoffe, die die Haut pflegen und gleichzeitig deine Gesundheit und die Umwelt schunen. Du kannst so sicher gehen, dass keine unerwünschten Nebenwirkungen entstehen. Zutaten 6 Esslöffel Biologisches Kokosöl 90 Gramm 4 Esslöffel Hagebuttenöl 60 Gramm Zubereitung Beide Öle gut miteinander vermischen Anwendung Trage dieses Hausmittel mit einer sanften Massage auf die betroffenen Hautstellen auf, bis es von der Haut absorbiert wird. Wiederhole diese Behandlung jeden Abend. Um gute Resultate zu erzielen, entdecke auch diesen Artikel 4 Kräutertees für junge Haut kleiner als 7120678 Besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Abbinde Strich Größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7120678 Besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Ab 336 280 300 250 DIVGPTAD 1503391743112-0 SETTARGETING RETT VOLTS SETTARGETING Section 4 SETTARGETING URL 4 natürliche Behandlungen gegen Schwangerschaftsstreifen SETTARGETING SETTARGETING Topic Beauty SETTARGETING Mafiltype GATMRFP SETCLIP Symptiediff True True AdService Google Tag Pubatz Google Tag Enabled Services Google Tag Display DIVGPTAD 1503391743112-0 kleiner als 7120678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich einmal 1 bindestrich größer als google tag cmd push function google tag define slot 7120678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich 1 mal 1 1 1 div gpt ad 1 5 1 3 0 9 4 6 9 0 7 6 7 minus 0 z-targeting red false z-targeting section 4 z-targeting url 4 natürliche behandlungen gegen schwangerschaftsstreifen z-targeting topic beauty z-targeting mafia type get mrfp z-clips empty div true true ad service google tag pubatz google tag pubatz gelabs empty divs google tag enabled services google tag display d i v gpt ad 1 5 1 3 0 9 4 6 9 0 7 6 7 minus 0 2 behandlungen gegen schwangerschaftsstreifen hausmittel mit mandelöl und zitronensaft die kombination von süßmadelöl und zitronensaft liefert der haut 4 vitamin c und e damit kann die kollagen und elastin produktion gefördert werden die regelmäßige anwendung dieses hausmittels unterstützt die reparatur des gewebes und strafft die haut es handelt sich auch um ein ausgezeichnetes mittel zur vorsorge zutaten 6 esslöffel süßmadelöl 90 g 3 esslöffel zitronensaft 30 ml zubereitung beide zutaten gut miteinander verrühren anwendung trage dieses hausmittel abends auf die betroffenen haut stellen auf und massiere es gut in die haut ein nach 30 bis 40 minuten wirkzeit mit wasser abspülen wiederhole diese behandlung mindestens dreimal in der woche vergiss nicht dass behandlungen mit zitrone nur abends angewendet werden dürfen denn bei sonnenexposition könnten dadurch hautflecken entstehen kleiner als 7.120.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich mittel unterstrich down binde strich größer als google tag cmd 10 D1503391790647-0 Z-Targeting Red, Faults, Z-Targeting Section, 4, Z-Targeting URL, 4 natürliche Behandlungen gegen Schwangerschaftsstreifen, Z-Targeting Topic, Beauty, Z-Targeting Mafil-Type, GetMRFP, Z-Clip-Sempty-Diff-True, True, Ad-Service Google Tag, Pubatz Google Tag, Enabled Services Google Tag, Display, DIVGPTAD 1503391790647-0 Wir empfehlen auch diesen Artikel, die erstaunlichen Vorteile einer Joghurt-Zitronen-Gesichtsmaske 3. Behandlungen gegen Schwangerschaftsstreifen, Hausmittel mit Shea Butter und Honig Dieses Hausmittel zeichnet sich durch eine hohe Konzentration an Vitamin E, Fettsäuren und Aminosäuren aus, welche die Haut tiefgehend nähren und die Zellreparatur fördern. So kannst du das Hautbild verbessern. Im Gegensatz zu handelsüblichen Produkten enthält dieses Mittel nur natürliche Zusatzstoffe, die die Haut pflegen und gleichzeitig deine Gesundheit und die Umwelt schonen. Du kannst so sicher gehen, dass keine unerwünschten Nebenwirkungen entstehen. Entdecke auch diesen Artikel, 4 Kräutertees für junge Haut Die Kombination von Süßmadelöl und Zitronensaft liefert der Haut 4 Vitamin C und E. Damit kann die Kollagen- und Elastinproduktion gefördert werden. Die regelmäßige Anwendung dieses Hausmittels unterstützt die Reparatur des Gewebes und strafft die Haut, um deine Haut zu pflegen und Dehnungsstreifen zu reduzieren. Die feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften unterstützten die Zellregeneration. Darüber hinaus wird mit dieser Creme die Bildung von Kollagen und Elastin gefördert. Noch ein interessanter Artikel, Milderung von Mimikfalten mit 5 ausgemachten Cremes Diese Behandlung mit Olivenöl und Ringelblume liefert der Haut wichtige essentielle Fettsäuren und Proteine, welche die Hautregeneration fördern. Damit wird auch der Wundheilungsprozess gefördert. Ein wirksames Hausmittel, um das Hautbild bei Schwangerschaftsstreifen zu verbessern. Lese Tipp 5 Behandlungen mit Olivenöl für schöne Haut Pflege Deine Haut mit diesen natürlichen Produkten Du kannst davon vielfach profitieren. Vergiss jedoch nicht, dass du damit keine unmittelbaren Ergebnisse erzielen kannst. Du benötigst Geduld und Ausdauer. Sie haben eine halbe Zolle, die Führung von Kollagen wird, also der Wundheilung von Kollagen ist. Gedeutelung von Kollagen ausgesucht, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.